Come on, Dickdream! Beyond Two Souls. Damit nochmal, willkommen zurück zum Letztest. Beyond Two Souls, die Demo-Version. Ah, ok, jetzt haben wir hier Klimo-Version. Spielen wir los, erfahren Sie mehr über die Geschichte. Ach, jetzt haben wir das Experiment und Giga Harkt können wir spielen. Dann fangen wir mal mit das Experiment an. Und starten in ein Netztest-Spiel von Beyond Two Souls. Auf geht's! Starten wir das Abenteuer für dieses Letztest. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Und wir spielen dieses kleine Mädchen. Und ähnlich wie bei Detroit Become Human, wo wir schon ein Netztest gemacht haben, ist hier auch ähnliche Steuerung angesagt. Die wir erstmal hier kapieren müssen. Hier. So wird aufgestanden. Mit der Maus. Und wir schauen uns erstmal um in diesem Zimmer. Sofern wir es können, bewegen wir ASD. Wir spielen hier die kleine Jodie, wie es aussieht. Kann ich mir hier Schreibtisch und so angucken? Ich kann ja diesen Punkt fixieren. Aha, was liegt da unten? Deine Puppe. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich will mich auch nicht erstmal in Ruhe rumgucken. Lass mich doch. Da gibt es genügend Sachen noch zu entdecken. Hier sind noch so viele Sachen. Schöne Kuscheltierchen. Hübsches Bild an der Wand. Nichts, womit wir entangieren können. Dann können wir uns wieder zurück ins Bett legen. Ja, ja, komm, da ist ein Punkt. Einfach mal zurück ins Bett. Weiter schlafen. Ja, du bist müde, Jodie, aber wir müssen wirklich gehen. Ach. Ah, Mensch. Keine Ruhe hier. Keine Ruhe hat man hier. Muss sofort gleich losgehen. Na, was gibt es hier? Gibt es eine Mikrowelle? Kommt eine Mikrowelle stecken. Äh, nee. Spaß. Oh, ein Fernseher. Hier gibt es noch was zum Interagieren. Hier komm. Gitarre. Gitarre. Er ist ungründig. Gerückt halten. Welche Taste? Welche Taste müssen wir gedrückt halten? Ich will fern sich gucken. Es scheint was Tolles zu kommen. Ach, gedrückt halten eins. Bild angucken. Okay. Eins. Ich drücke halten. Bild angucken. Okay. Eins. Ich drücke halten. Was? Was läuft da Schönes? Lass mich doch fernseh... Da läuft gerade was Tolles. Ein Comic. Ein Comic Film. Aha. Ein Stumm Film. Aber okay. Das ist interessant. Oha. Was geschieht? Der Fuchs wird gejagt. Das ist faszinierend. Im Game hier. Das ist in dem Raum dort. Da haben sich die Entwickler mir für gegeben. Also wirklich. Da müssen wir es doch hier... Dann die Entwickler extra hier einen kleinen Film entwickeln. Da muss man doch hier... Muss man das doch mal... Aha. Faszinierend. Ach, ich glaube, das kennen wir schon. Das Ende. Los jetzt. Ja, ich komme mir schon. Ich komme mir schon. Na dann. Okay. Welchen wartet auf uns? Welchen soll er warten? Mhm. Ich gucke mich hier in Ruhe um... Es gibt so viele Sachen zu entdecken. Alte Pizza fachteln. Ein bisschen Kaffee trinken. NICHT! Kein Kaffee. Bist zu klein dafür. Das sagen sie mal. Bist zu klein dafür. Bin ich zu klein für Kaffee. Kaffee. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Ja, lass mich in Ruhe. Wir sind da. Umsehen kann ich mich, aber ich gehe mal einfach weiter. Ach, schade. Komm schon, Jody. Ich würde einfach mal in die falsche Richtung gehen. Na, Lülchen, wer bist du denn? Will nicht mit uns reden. Gerade mal wieder zurückgehen. Ich warte auf dich, Kleine. Nö. Ich laufe einfach wieder zurück. Tschö. Was nicht? Kann ich gar nicht. Ach, schade. Einmal wieder zurückmarschieren. Na gut, dann gehen wir da mal rein. Oder auch nicht. Und lösen. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Ich warte auf dich, Kleine. Ich still mich hier ein bisschen an. Ich bin ein bisschen rebellisch. Na gut, gehen wir hier rein. Ja, komm, ich will, ich will, lass uns reingehen. Jetzt, hier, komm, Tür. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Aha. Was machen wir hier? Erstmal weglaufen. Erstmal alles andere machen, als wir machen sollen. Spind aufbrechen. Wie können wir jetzt hier interagieren? Na gut, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Jetzt bist du eine Prinzessin. Ah, ah. Ah, ah. Und nun? Was werden wir hier reingrassen? Nebenherum. Hey, Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du es einkannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Ich tu mal so. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Tab. Oha. Wie hast du die? Bewegen. Aha. Dann wäre wenig Bewegungsfreiheit. Umsehen. Abhauen können wir nicht, oder? Den Stern hat sie. Okay. Ausfielen. Nehmen wir mal erst mal das Fälscher, oder? Nehmen wir mal hier. Das Fähreck. Konzentrier dich. Du schaffst das schon. Aha, verstehe. Ja, ich hab's doch gesehen. Das muss ich mir noch mal angucken, oder was? Der Stern ist es. Ich weiß. Ich bin hier drüben, kann ich hier mal. Und ein Anstieg der Täterhirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefährlich. Ach du Scheiße. Was haben wir hier jetzt angestellt? Jetzt können wir mit ihm durch die Gegend laufen, oder was? Ach du Schreck. Die machen heute ein bisschen Mist. Okay. Okay, hier. Da können wir hin. Da können wir hier was kaputt machen. Bisschen rumspucken. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Ja, komm. Machen wir es mal hier. Ich glaube, das ist besser, wenn wir hier mal. Stern. Ich glaube, wir sollen hier auch wirklich mal ein bisschen was machen. Ich nehme mal hier eine Verlängerung. Vielleicht können wir hier doch noch irgendwas umhauen. Auf dem Tisch irgendwie. Da hinten gibt es was, was wir machen können. Können wir hier nicht irgendwie einen Stapel Bücher umhauen oder so. Siehst du die Karte, Jody? Ja, es ist ein Viereck. Ich sehe es. Ich will hier mal so ein bisschen... Ich will ein bisschen unruhe machen. Ich glaube, es klappt hier nicht so ganz. Nach da oben. Nach da oben kann ich hin. Nicht? Sehr schade. Ich schwöre, da war doch was. Nein, nein. Nein, doch. Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Weiter mit dem Experiment. Okay. Hör sofort auf damit, Aiden. Alles klar. Nächste Karte. Wir sind scheinbar dieser Aiden. Und wir steuern uns ja hier durch die... Ja gut, ich kenne das Spiel schon. Ich habe das bei Gonke mit Splade gesehen. Ich weiß, wie das hier ausgeht. Versuche nicht so viel zu steuern. Also nicht so viel zu spoilern. Da können wir noch was machen hier. Dort am Schrank oben. Dort will ich hin. Schrank. Sie ist im anderen Raum, Aiden. Zeig mir die Karte. Ja, 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 ja. Ich zeig dir die Karte. Dann haben wir Wellen. Dann haben wir Wellen. Rotbute. Ich kann wirklich nichts machen. Schade. Sehr gut. Die Wellen hatte sie. Eins. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Aber sehr gerne. Umwerfen tue ich gerne. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Gerückt halten. Der Papier. Hab ich gestartet. Ich mach alles kaputt. Ist nicht in Panik verfallen. Oha. Randale. Randale. Yippie. Das war's. Tut mir leid, aber wir reisen. Okay, Jody, Schatz. Das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Tesslin. Sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Einen Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen, geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Nicht zu. Komm, ich hab ein Tier raus. Oh, verdammt. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Warum denn so in Angst? Jody. Ja, stimmt fast nicht. Sie sind gefahren. Oh, Randale. Wir müssen sie da rausholen. Sie ist doch nicht in Gefahr. Tut doch nicht so. Ich rande hier nur ein bisschen. Oh, hier ein kleiner Ständer. Hier noch ein bisschen Radale. Wir sind heute ziemlich böse. Es wird niemals vorbei sein Ich bin so böse Ich lache jetzt nicht darüber, dass ich böse bin, sondern Ich lache jetzt nicht über die Situation, sondern über mich selbst Ich wollte doch mal ausprobieren Ich wollte doch mal austesten, was geht Ein bisschen grenzenlos testen Aha, jetzt ist sie schon älter Jetzt muss ich die Steuerung wieder kapieren Ok, Kampftraining Ich habe leider kein Maus, kein Mauspad Deshalb ist so ein bisschen kratzig auf dem Untergrund und so weiter Ja, weil nur große Maussteuerung ist hier ein bisschen ungünstig Bereits machen Tritts Oha, falsche Richtung Weiter Na komm, immer wieder aufstehen Fangen wir nochmal an Na, komm Kampftraining mit der Maus Falsche Richtung Verdammt Stell mich ein bisschen müde an Verdammt Ich habe doch versucht Na komm Ducken Fangen wir nochmal an Ja, was denn Ja, was denn Ja, ich brauche noch Training Bin neu hier Ach ja, komm Und zwischendurch im Enter Na komm Zack Fangen wir nochmal an Und Jetzt Ich habe doch Ich habe bloß nicht gedrückt Ja, ich versuche doch Meine Fräse Ich bin kein geübter Kämpfer Fangen wir nochmal an Na komm Die Maus Nach links Nach links Und nach unten Und nach unten Sehr gut So, zack Und Sehr gut Okay Die Technik Die Technik haben wir Langsam noch auf Zugfahrt Oh, wie spielen wir Eiden Okay Wir schauen uns im Abteil Ein bisschen Sofern wir es können Ah, lieber noch nicht Nicht so sehr mit Na gut, okay Machen wir ein Chaos Ich will hier wieder Es ausprobieren Chaos stiften Sind wir aber draußen Da oben ist ein Koffer Rebellengeist Tote Hier Die Zeitung Koffer Hier weht ein rauer Wind Ja, da geht es auch schon gut Ich will nur ein bisschen spielen Ich will niemandem wehtun Ich will nur spielen Das merken die alle doch nicht Ich will doch nur spielen Aber ich will spielen Okay Der Sheriff Das merken wir Untertitelung des ZDF, 2020